Der Sender des UKH ist ausgefallen und die gesamte Heeresnachrichtengruppe hat sich abgesetzt. Alle? Nein, es ist niemand mehr da. Frau Junge, bringen Sie das bitte Herrn Bohrmann. Es ist dringend. Was Schlimmes? Bitte schön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner, das war ein Befehl. Wer sind Sie? Das hier ist wahr, die beiden Befehl zu widersetzen. Oh, meinst du, das ist einfach gekommen? Der Minister hat mich verjogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, verreicht ein Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes. Sie sind ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur umzulernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang ist das Militärmleraktion im Lumpen hindert. Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, um Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganze Roppa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.